Hey Diggis! Das ist wichtig. Also, jetzt gibt es eine Frage an die Zuschauer. Wollt ihr ein LOL-Video haben? Oder wollt ihr ein Minecraft-Video haben? Das ist die Frage. Ich habe schon versucht ein Minecraft-Video aufzunehmen. Das ist auch das, was ihr gerade im Hintergrund seht. Aber, schnell rausgefunden, beziehungsweise erst nach einer Stunde rausgefunden, dass die Windows-Aufnahmefunktion vielleicht nicht die beste Aufnahmefunktion ist. Zum Beispiel konstantes Desinken von Audio und Gameplay. Obwohl ich nichts falsch gemacht habe. Ich liebe es. Jedenfalls, ich habe schon versucht ein Minecraft-Video zu machen. Es hat eigentlich geklappt, aber eigentlich auch nicht. Deswegen mache ich jetzt so ein Ankündigungsvideo. Das kommt bald, das Minecraft-Video. Oder das LOL-Video. Wenn ihr ein LOL-Video wollt, mein Gott. Dabei appelliere ich hauptsächlich an Nils Ilja. Wenn ihr schon nach einem Video gefragt habt, dann will ich auch, dass ihr mal sagt, was für eins. Also, das habe ich jetzt gesagt. Ich erwarte Antworten. Vielleicht in den Kommentaren, vielleicht in der Schule. Adios, amigos. Wie 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 Untertitelung des ZDF, 2020